Dämlich, die macht sowieso keine Angst. ACHTRA VOR UNS! HÄTZE 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 UNS! Genau, den habe ich noch nie bei euch gesehen jetzt. Enttäuschend. Mit dem Schilderblick nicht vergessen. Schilderblick nicht vergessen! Wušxinn reinges! HÄÄTZE UNS HI TÄ's Ja! Du musst Zexen ausbremsen. ACHZI Copyright influenzer Milchk fr shipped with me Post bitte. Ich sag wohl, dass es hier keine Bäume gibt. Ja, ist wie groß was ist das? Ja ich suche nur nen Weg da rüber. Ja, ne pass schon. Ich glaub hier könntest du hochkommen. Lipp über uns nicht, aber die beschießt uns schon. Vorsicht. Ganz viele Lipp und Skites. Jo, da ist schon ein bisschen was hoch. Sollen wir aufgeschießen oder? Doch, das ist eine Galaxy auf dem Boden. Nicht schießen würde ich sagen. Da ist das ganze Warnungsverstück. Wir fährst direkt zum Platoon. Wir sollen aber zuerst zu Alpha, dann zu Bravo. Oh, kein Weg. Du hast was Leckes vor uns. Die hat eben gefragt, dreimal. Ja. Na, Maggie. Wer wartet noch nicht drauf schießen? Okay. Sollen wir auf die Galaxy schießen? Nein, noch nicht. Die haut ab. Die sind jetzt gleich weg. Jetzt schießen sie auf mich. Jetzt schießt er doch. Hab ich doch. Jetzt könnt ihr drauf schießen. Auf die Rechte zuerst? Oder ist das egal? Ja, die Rechte. Und wir haben sowieso kein Wincher mehr. Nee, das konnte ich vergessen. Ja, das ist einfach... Die brennt schon. Oh, die raucht. Oh, die hat noch relativ viel HP. Galaxy ist ziemlich zäh. Äh, links, äh, rechts, wenn uns McRider beschießt und... Rechts? Auch ein McRider. Auf der Seite ist ein McRider. Und das kann ich mal fertig. Du weißt nicht. Servus, der von Lappengebener King. Seht schön. Ja, die Furious müssen halt näher ran. Das geht so nicht auf die Franzen. Ja, auf den Burn. Guck mal, hat er jetzt Angst? Zybert echt gar nichts. Bye, bye. Die Galaxy ist weg. Bleibt gut stehen. Lappengebener King braucht Reparatur. Was, wo? Wer hat da gerade die Tandora vor? Hinter uns! Tandora, hinter uns! Hinter uns! Ich seh nicht, der Ding steht direkt davor. Ja, ich geh schon auf die Seite. Funkenfeindliche Sandy und Skyde. Skyde über uns, Skyde. Ganz viele Skides. Alles. Unlebt. Ein Skyde ist weg. Wie trässt du denn nicht? Panzer, Hugo, wieso steckst du aus? Dann fahr einfach hierher, wo die anderen Repairer Panzers... äh, Sandro sind. Genau. Äh, Leute, wir haben hinter uns noch nen Lightning. Dreht mal um. Wir wollen uns nen kleinen Fisser noch. Ne, das ist 300 Meter, das ist zu weit weg. Wir sind vor. Ja. Alle zusammenbleiben. Kommt ein Random mit. Ja, das ist der, der gerade seinen Vanguard verloren hat. Seinen Sandro. Da stehst ne Panzerkel auf uns. Es geht hinter euch. Es geht hinter euch. Lad nach. Oh, warum sind sie nicht so? Hinter uns ist ne Liberator mit Panzerkel auf. Hinter uns? Ja, über uns. Jetzt gerade war sie. Das ist ja weit weg. Das ist was für die Basilisken. So weit gehen wir nicht hoch. Da kommen wir eh nicht hin. Jetzt auch. Nice. Hast du das? Das Drahtziel kann sein, dass du gleich an Garnern kriegst. Weil der springt hier herum bei unserer Sander und probiert reinzugehen. Uwe, der verpisselt sich. Ja, er kann ja... Ja. Sie mal. Äh, Lightning rechts. Lightning. Süd. West-Süd. Achtung, Achtung, Achtung. Weg, 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 weg. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Der liegt, der Ding wird mit denen gleich wieder. Der ist down. Der ist down, ja. Sehr schön. Mann, das hat gut funktioniert. Das hat mir grad gefallen, ne? Aber alle gleich. Wie sie aus den Hand geworden sind. Super. Nicht egal. Rechts, guide. Warum schießt die überhaupt auf uns? Sie hat nur PPA, das ist absolut dämlich die macht so einfach keinen Schatten. Ach, dort sind wir, direkt. Drei Fonds, direkt. Hättet ihr uns? Hättet uns! Alter ihr habt mich richtig rauf! Oh, sie ist eine ganze Armee hinter uns! Was ist das denn? Und ein Sandor, Sandora, viele Sandor hinten uns! Ja, sie ist zurück, sie ist zurück, sie ist wieder raus! Einfach Rückzug, Leute, wer nicht? Das hier. Oh, Gott. Wie alle Verwollte. Hol' mich mit! Man, da ist es doch ein anderer Sandorra-Train. Vor' mein Leben. O, die muss ich... Zurück, zurück, alle zurück! Warte Hugo, bleib still, ich will mit! Also Hugo fährt am besten. Auch. Oh mein Gott. Ich glaub, der kommt viel zu viel. Das sind Lockdown-Themen-Einheiten. Ich glaub, das überleben wir nicht. Nee, das sind zu viele. Warte, das sind genauso viele wie wir gewesen. Naja, sie haben uns gesehen und haben uns dasselbe auch noch gefahren, ne? Ja. Du mal uns neu formieren und das gleich auch noch mal durchziehen. Moment mal, das waren fast doppelt so viele Net-Panzer und da waren noch Luft-Unterstützer. Das waren nicht doppelt so viele. Ne, das sind dreimal so viele. Wir können da einen Vanguard-Ling machen, mal. Ja genau, wollte ich auch grad sagen. Da kann auch jeder was ziehen und wir haben auch viel Schlagkraft. Eben. Also wir haben doch Bock drauf. So gemischt halt. Auch ein paar Mal nachher. Okay. Kann jemanden mir einen Vanguard ziehen? Ich hab keinen Gezahlt-Ling. So! Alle Zeit! Keiner zieht sich weiter. Wir treffen alle hier vorne bei mir. Wir schießen. Zickchen, geht bitte hier rechts hin. So, da müssen wir sie eben anhandeln, ne? Wer ist alles gesortet im Finger-Tast? Das bedeutet Schild und oben ne Enforcer oder ne Hellebader, geht bitte zu Zickchen. Und Ressourcen müsst ihr natürlich haben. Jetzt kommen alle wieder weg. Hallo! Sie haben doch alles aus. Was denn? Sie haben doch alles aus. Aber das ist die Sau-Stirbel-Schild. Das passt doch, oder? Wir sind hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich hab ohnehin, das passt. Okay. Die ziehen dann jetzt bitte alle ein. Wollen wir nicht noch zwei Repairs an, die da zu nehmen? Wir sind ja eben, ja. Als die da ziehen. Die können ja Lightning dann nehmen. Und bei den Repairs an da machen wir zwei Walker drauf, damit wir was gegen Flieger haben. Eine Ranger wäre besser. Ich hab keine Ranger, das wäre ein Walker. Ich hab keine Ranger, das wäre ein Walker. Mehr dann nicht. Aber jagen wir dann die Gruppe da, wo man uns grad vernichtet hat? Es wär cool, wenn wir die jagen könnten. Zerfst du mir gleich ein Sandler und Ranger ziehen? Aber wir haben gegen Flieger gehabt, wie ein paar Sandler. Ich geh zu, äh, ich geh in den Sandler nicht. Ähm, Ika, setz dich mal auf die Eins bitte, weil sonst ist mein Vanguard weg. Ähm, und ich freue mich, wie ihr Mist. Ja, hab ich schon. Die, die fest ist, ist ja. Ja, hab ich schon. Die, die fest ist. Ika, ich komm zu dir, warte. Wer ist bei mir dringend? Ich geh auf die Eins kurz. Ich geh über das. Ich geh über das. Ich geh über das. Hey Bruce, fährst du dann den Sandler oder fährst du deinen Lender? Nein, nein, ich zieh nur den Sandler. Ich zieh nur den Sandler. Ika, werde ich in den Trupp eingeladen? Wer? So, bin ja so. Werde ich in den Trupp eingeladen? Wer? Ja, ich geh zum Panzer. Fauna. Ich bin auch da. Ähm. Ähm, was für Waffen sollen da auf den Sandler drauf? Ist da. Ähm, dann geh ich dann wieder auf die Zwo oder was mit dem Vanguard? Dark? Also wer nimmt hier den Reps an die Dark? Ja, haben wir jetzt schon einen. Achso. Ja, ich würd den gern fahren. Okay. Dann nehm ihn. Wer ist ich? Ja, Trazier. Trazier. Warte, ich geh frei. Aber pass auf, da steht irgendwo ein Render auch. Und möchte das in der nehmen. Geht? So, ich vermute Monisandra hinterher. Okay. Okay. Kali, was ist mit dir? Ja, ich frag dich gerade. Ich hab jetzt nicht mehr in meinem eigenen... Mach dich klar. Ne, 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 Zebrus, deine steht hier vorne. Achso. Unruh kannst du einsteigen, garantiert. Tudu, tudu. Mal da arbeiten ab. Tudu. Ich hab's mit Aspen und dann mal Flieger rum. Der Schinski hat... Äh, tschüss. Kali, komm hier rein. Hier, da ist dein Nier sitzt grad drinnen im Fahrrading. Ja, ich hab dir den jetzt einfach geklaut. Tudu, Taxi. Mach's mit dem Flieger? Ich kenn was machen. Irgendwer sollte auf die Rangers gehen. Dass wir einen Dier haben. Mach's dem abgucken, wo's hingeht. Wer hat denn die Rangers drauf? Rangers drauf? Ja, ne? Ist das die Ranger? Doch, doch. Doch, doch war's die Ranger. Alles klar, bleib ich auf der Ranger. Ja. So, wir fahren zuerst den Alpha-Wegpunkt, Bravo-Wegpunkt und dann müssen wir bei Platoon-Wegpunkt bei Serra-Liz-Nikos irgendwo sein. Servros fährt vor, bitte. Ich fahr doch gar nicht. Neo fährt. Hat jemand Minenschutz? Nee, dann fährt Neo vor. Nein, warte. Hat jemand Minenschutz? Nee, bleib doch, fahr. Wohin denn? Mein Gott. Wegpunkt? Oh shit, okay, na dann. Nein, es ist nichts, wir fahren nicht vor. Ich will nicht als erster sterben. Saki, wir sitzen hier auch mit drinnen. Gute Einstellung. Wie, wo? Wann das? Ähm, Darky, wir sitzen bei dir noch mit drinnen. Äh, Kali. Ähm, wer das Motivieren hat? Auch die vorne noch, bei Ranger oder wie? Ja, weil wir spielen jetzt nur noch einen Ranger. Weil das wäre, glaub ich, ganz gut, wenn wir zwei Leute für einen Ranger hatten. Wo denn? Kali, steig mal hier rechts ein. Bei den Ranger. Hey, Wop. Warte. Harku sind da, ist okay. Alles klar. Ja, die war's okay. Oh, 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 oh. Irgendwer liegt auf mir drauf. Ja, sorry. Mann, sich hier, fahrst du mal runter vor. Boah. Ich bin eh schlucken. Ein bisschen Fun ist da runter, da vorne. Das macht dann eher halt. Wenn gab's Sex, wir schauen, ob ein Flash rauskommt. Ahaha. Ja, Benjamin Harris, bitte. Ja, Benjamin Harris, bitte. Oder? Dann würde ich mir was gesagt machen. Beim Bravo sollten wir uns ja noch einmal sammeln, ne?